Er ist vor Hallo, da ist Herr Guzoa wieder mit einer kurzen Zwischenfolge, wie es ausschaut und zwar Challenge hatte ich ja verkackt bzw. als wir bei MrMobileFanboy drin waren, hat das ja leider nicht so ganz geklappt und deswegen musste ich das ja machen und ich habe mich dann noch daran gehalten, nachdem ich eben das nächste Video von Fred nochmal gehört habe bzw. gesehen habe, habe ich natürlich die Sachen drinnen gelassen und die Sammler nicht geleert und jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Burgen rein, was hier angenommen wird ich gucke mal so, wie es mir jeden Tag jetzt momentan geht ähm, das ist schon ziemlich cool boah, das ist schon ziemlich knapp an nee, das war schon ziemlich gut dran ähm, gucken wir mal wer hier noch, ja, pff, klar gerne und wie gesagt, es ist einfach wirklich so bitte, wenn ihr äh, wisst, ihr seid über Level 90 und das passt alles äh, nicht ganz neun, gucken wir mal, was war mit nicht ganz 90 meinen ähm, wenn man aber sieht, okay von der Base her passt, jetzt guck mal, da ist zum Beispiel auch so ähm, das ist grundsätzlich Base-technisch leckerer als meins könnte man fast sagen nö, nö, aber also ist schon, ist schon ganz nett auf jeden Fall da sage ich dann auch gut, okay, komm, kann rein so, ähm ansonsten ist es halt leider wirklich so also das kann man halt nicht man kann nicht jeden reinnehmen das ist leider so habt dafür bitte Verständnis geht aber den anderen YouTubern ja genauso also, ähm und wie gesagt, das dauert halt eine Ewigkeit bis ihr ange, ist hier jetzt bei fast zweieinhalb Stunden aber ja okay, sowas kann man das ist, äh, ja okay Pech gehabt ähm dim, 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 dim passt, passt, okay hier hatten sie noch ein bisschen viel geschrieben was aber nicht weiter wild ist das ist ja ein normaler Clan ähm, nee, aber wie gesagt also ein bisschen Zeit muss da einfach mitbringen äh, bis die Anfrage durch ist weil ich die halt eben alle wirklich selber beantworte beziehungsweise, ja beantworte sagen wir es mal so ist der einfachste Weg so ja, aber nö ähm so mach grad Video so und zwar wollte ich noch mal kurz eine, äh Erklärung bringen äh, Kampf geht morgen los und er geht über ach, kommt lasst uns würfeln ich bin ja so ein kleiner Würfler ich mag das gucken wir mal Opfer das hier ja, ich mein, den halte ich es halt so einen kleinen Moment zack so Kampf geht über es ist schwierig die Webcam zu erhalten so geht über 6 Stunden fertig das war und der Kampf wird dann ach ich wollte das eigentlich im Livestream machen aber ihr seht ja ihr seht ja jetzt selber also wenn ich jetzt die Webcam nehme seht ihr das ja dass das nicht gefakt ist also weil wie gesagt darauf habe ich auch keinen Bock also das ist eigentlich ganz andere Sachen im Kopf als hier irgendwas zu faken ähm hier machen wir das anders guckt mal so ah das ist was ganz Neues hier ganz special und zwar werde ich den hier jetzt lang würfeln und das nicht das was oben ist sondern das was ihr seht mit der Cam wird die Zahl sein also sprich ich würfel wenn man es dann sieht so und wenn ich den jetzt ja das sollte passen ja cooles Ding also so wird das ablaufen und zwar machen wir folgendes äh klären Moment eins und zwei sind genau genau äh eins und zwei sind vorne also andersrum wenn ich jetzt eine eins oder eine zwei würfel muss es ist bei dem bei der ersten der vier Stellen von Pugis eine Null und zwei äh drei vier wären dann eine eins und äh fünf sechs wären eine zwei ähm ne 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 stopp eins bis drei ist eine Null und äh vier bis sechs ist eine Eins weil das möchte ich einfach den anderen nicht antun das ist einfach so ich schiebe euch mal kurz hier so dass er mich ein bisschen sieht das reicht ja auch so ähm weil ich mache ich gehe jetzt mal gerade in den anderen ähm und zwar wäre das einfach ungerecht also wirklich da muss man dann auch wirklich sehen weil ähm die anderen dann irgendwie auf äh Level Kristall zu bringen ist ein bisschen tricky das ist ganz klar obwohl kommt also Leute da sind wirklich Gute dabei aber wie gesagt das also wie gesagt da sieht man wirklich das sind richtig Gute also das ist eine gute Challenge und wir sind auch von der Masse her ungefähr gleich aber dazu auch gleich nochmal was ähm also das passt ohne ohne Frage also ihr würdet auch locker Kristall erreichen ja komm ne dann machen wir es okay also zack hier so hin Null also äh Eins und Zwei ist vorne Null Drei Drei bis Vier ist sozusagen Tausend und Fünf bis Sechs ist äh Kristall also äh ist eine Zwei vorne ich bin ein bisschen durcheinander hier ähm egal äh also legen wir los was seht ihr da eine Vier also heißt es ähm äh Scheiße äh eine Eins vorne also wir haben schon mal irgendwas mit 1000 Pugis so und jetzt geht's weiter jetzt kommen ich häng's wieder hier raus wieder hier so hin und ich leg na ne legen das sieht dann wieder so gefakt aus das möchte ich nicht ja toll sehr sehr viel ich pack die mal hier so hin dass ich die hier gegen klatsche zack so jetzt seht ihr äh eine ich seh's auf dem Monitor äh eine Fünf eine Fünf und eine Eins also haben wir zu erreichen 1515 muss erreicht werden ähm nach sechs Stunden wir starten das ich wollte das eigentlich ich kleinen Moment ich muss kurz überlegen das starten wir heute das starten wir heute und zwar starten wir das heute um ja ihr müsst euch ja nee naja das ist auch da könnt ihr euch nicht vor ja doch jetzt habe ich ja klar ich habe ja jetzt schon die Zahl gesagt logischerweise müssen wir heute starten wenn das Video heute rauskommt ähm sobald das Video raus ist wird gestartet und ich merke mir also ich sehe dann wann die Zeit wann das Video sozusagen online gegangen ist von diesem Zeitpunkt der bei YouTube sozusagen festgelegt ist den kann man nicht ändern ähm ab diesem Zeitpunkt sechs Stunden geht's dann los gut perfekt äh habe ich alles erklärt ja eigentlich schon wenn es noch irgendwelche Fragen gibt ähm zum Regelwerk ist es so ganz schnell noch äh gucken wir mal ähm zum Regelwerk so an sich sonst noch ist zu sagen dass ich das ganz easy halten will also sprich ähm nicht 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 so ganz viel regeln oder sowas äh ich setze einfach voraus dass jeder Spaß haben möchte so wenn wir jetzt 37 sind und die anderen aber 31 ist natürlich ungerecht das ist ganz klar dann ist es so dass wir die untersten ich sag jetzt mal ähm ja es ist einfach so die untersten die sozusagen bei uns sind sie ja jetzt 37 beim anderen 31 das heißt die untersten sechs würden nicht zählen fertig aus egal wo die jetzt sind guckt mal hier ähm die untersten sechs hier in dem Bereich die untersten sechs würden nicht zählen zack fertig aus und die wären gerade in dieser Range drin da seht ihr also mal das wäre sogar noch fail für uns sag ich mal aber wenn jetzt auch bei bei YouTube Deutsch neue dazu kommen sollten was vollkommen in Ordnung ist also ich möchte die Clans dazu nicht zumachen wenn neue dazukommen ist das okay kann sein dass sich das nochmal irgendwann ändert aber egal für dieses mal ist es nicht so es können neue dazukommen die können mitmachen bis äh sechs Stunden nach dem veröffentlichen diesen Videos geht's los da stelle ich mir einen Timer dann muss ich halt nochmal wach sein ist nun mal nicht anders äh und dann passt das und dann lassen wir es krachen und je mehr das erreicht haben desto besser zu diesem Zeitpunkt ähm und dann ist es so oh mein Kopf ist voll gerade echt ähm ich lasse mir da noch was einfallen für von wegen äh die die es nicht komplett geschafft haben oder sowas äh die dicht dran sind dass man da irgendwie eine Rechnung da macht dass man dann sagen kann gut okay so und so viel äh dass das irgendwie ein bisschen gewertet werden kann hoffe ich mal ähm ja das war es aber ansonsten wie gesagt gibt es nicht nicht super viel dazu zu sagen ähm einfach wirklich mal just for fun einfach mal ausprobieren und wie gesagt einfach mal auch zu zeigen dass es mit youtube deutsch halt eben äh weiter geht und dann ist das alles ganz schick und jetzt guckt mal hier schön kann ich hier endlich mein ganzes Zeug wieder einsammeln hab mich ja schon ganz nackig gefühlt ähm ich riskiere jetzt auch nochmal äh einen rauf zu kriegen weil ich das Dorf jetzt noch nicht umbaue ich das Video geht einfach vor also merkt es euch 1515 sind zu erreichen und dann ist das eine coole Geschichte macht es gut wenn Fragen sind einfach äh auf der Facebook Seite posten oder eben unter dem Video gar kein Thema ist jetzt erstmal ein Pilotprojekt probieren wir mal und äh ich wünsche genauso wie Usualite wünsche ich natürlich auch YouTube Deutsch alles 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 Gute dass das ein richtig fettes Ding wird ich wünsche euch was ciao ciao